guten morgen da ist sie die felsenbirne und sie schmeckt lecker so lecker dieses jahr wieder letztes jahr war sie nicht so lecker dieses jahr genial ich kann sie nur empfehlen lea und ich habe gestern auch schon ganz viel felsenbirne gegessen neben den vielen erdbeeren die wir gegessen haben